Moin Leute, was geht ab? Ich bin der Zirk Eulias und Leute, heute ist das erste Video, wo ich auf jeden Fall Reaction auf ein Video mache. Das ist auf jeden Fall Dorfkinder von Finne. Das ist der auf jeden Fall Finne Dorfkinder, work by Standover und es hat auf jeden Fall innerhalb von zwei Tagen eine Million Aufrufe und er hat auf jeden Fall 1,05 Millionen Aufrufe. Äh, Abonnenten, Leute. Ich bin manchmal ein bisschen mit in die Spiegel. Also auf jeden Fall, Leute, wir reagieren jetzt auf das Video. Dorfkinder. Fendt. Louis ist krass. Er hat da recht, aber eigentlich ist es halt witzig, Leute. Herr Anwalt auch am Start, Leute. Ich glaube, er braucht ein neues Hemd. Einen Kasten Späti. Wie die Leute, Finne macht gerade Tornado, also wenn ihr nicht wisst, was Tornado ist, wenn ihr einen Flasch hat und dann halt so Tornado macht. Also jetzt auf jeden Fall 1 bis 10 zählt, lustig. Ich sag, wie es ist. Uh, krass, der Air Force. Also auf jeden Fall dreckig. Sieht man, Leute. Ende Bad Strauss. Oh, er hat gerade Fett gesagt, Fett ist die, ich bin die beste Lack-Kotaktoren drin. Ja. Cool, auf jeden Fall mit der Sonnenbrille am Start. Geht auf jeden Fall auf TikTok viral, habe ich gesehen, dieses Song. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es noch wird. Oha, Levin, Ray am Backflip dran. Uh, krass. Party eskaliert. Seit wann kann Levin eigentlich so viele Backflips, Leute? Also Levin ist auf jeden Fall krass. Auf jeden Fall viele bekannte Gesichter, YouTuber-Gesichter in dem Musik-Video dabei. Der Hof, der Stall, der Acker. Ja. Da, das ist cool, als Dorfkind. Also ich bin auf jeden Fall neutral und ich sag jetzt nicht, ich bin ein Dorfkünder. Ich bin ein Dorfkünder. Ich bin ein Dorfkünder. Ich bin ein Dorfkünder, aber ich bin ein Dorfkünder, aber ich bin ein Dorfkünder, ganz cool. Wir haben die freiwillige Feuerwehr und brauchen keinen Kuh. Nein. Ja, dann will ich mal sehen, wie die freiwillige Feuerwehr so arbeitet. So. Okay, cool. Kreisliga-Fußball. Ja, auf jeden Fall sehr gut sehen, wie man die sieht. Oh, Leute, dieses Dorfkünder finde ich gerade richtig krass. Dorfkünder, also von Fälle auf jeden Fall. Richtig, cool. Leute, wenn ihr auf jeden Fall bei diesem Niveau seid, tut leid und krass mit Abonnieren. Und, Leute, ich habe hier irgendwie gerade gesehen, am Anfang hier, wenn ihr es seht, warte, hier, Polizei, Leute. Also, ich glaube, das ist eine Genehmigung. Also, wie viel Geld das gekostet hat, ich auf jeden Fall nicht wissen. Ich kann mir sagen, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr viel. Okay, jetzt guck ich doch mal auf die Kommentare auf jeden Fall. Riesen Respekt der anderen YouTuber, die mitgemacht haben. Also, hier, ihr habt euch echt Mühe gegeben. Also, einfach der Sommerhit 2023 zusammen ausweilen. Ja, auf jeden Fall sehr gute Kommentare. Und auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Kommentare sind auf jeden Fall positiv. Und, ja, Leute, dieses Musikvideo habe ich unten verlinkt. Leute, tut auf jeden Fall liken und kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.